Petrograd Ende Februar 1917 Die Hauptstadt des Russischen Reiches dampft im Fieber der Revolution. Nach zweieinhalb Jahren Krieg, nachdem eineinhalb Millionen russischer Soldaten gefallen sind, brechen Not und Verzweiflung der hungernden Massen sich unaufhaltsam Bahnen. Zuerst Massenstreiks, dann Massendemonstrationen, schließlich Straßenkämpfe. Als die gegen die Demonstranten ausgeschickten Truppen sich mit den aufständischen Proletariern verbünden, ist das Ende der Zarenherrschaft gekommen. Schickt Panzerfahrzeuge, schickt Soldaten. Das ist der Mann, der dieser ersten Phase der Revolution das Gepräge gibt. Alexander Fjodorowitsch Kerensky, Rechtsanwalt, Abgeordneter, Führer einer linksoppositionellen Bauernpartei. Und das ist der Mann, der sich Anfang April 1917 nach zwölfjährigem Exil in der Schweiz auf den Weg zurück nach Russland macht. Der Mann, auf den auch die deutsche oberste Heeresleitung die größten Hoffnungen setzt. Seit dieser Zeit reiten sie auf dieser Bezeichnung herum. Psychologisch nicht ungeschickt. Für russische Ohren klingt das natürlich ganz anders als für uns. Und wenn man das immer wieder hört, Bolschewiki, 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 Mehrheit, Mehrheit, Mehrheit. Naja, wenn sie die Mehrheit haben? Sie haben sie nicht. Sie sind eine kleine Minorität. Es lebe die sozialistische Weltrevolution. Und der in Petrograd mit stürmischem Jubel empfangene Lenin enttäuscht die Hoffnungen des deutschen Oberkommandos nicht. Es darf für uns keine Gemeinschaft mit diesen erbärmlichen Kleinbürgern geben, die das Geschäft der Bourgeoisie besorgen. Mit den Mensheviki und Trudowiki und Narodniki und wie sie sich auch sonst noch alle nennen mögen. Mit diesen Sozialrevolutionären und Sozialdemokraten der ehrenwerten Herren. Die Spannung steuert einer neuen revolutionären Entladung zu, als Leo Trotzki Anfang Mai 1917 nach jahrelanger Immigration auch noch in die Heimat zurückkehrt. Es gibt keine demokratische Entwicklung, die das Proletariat an die Macht bringt. Es gibt nur Revolution, Sinoviev. Permanente Revolution. Schlag auf Schlag. Der Zar ist gestürzt, die Bourgeoisie hat die Macht ergriffen. Jetzt muss das Proletariat, die Bourgeoisie stürzen. Mit Gewalt! Die Gewalt bricht sich bahn. Juli 1917. Über die Köpfe der bolschewistischen Parteiführung hinweg rotten sich Matrosen, Soldaten und Arbeiter zu einem unorganisierten Aufstand gegen die Regierung Kherensky zusammen, die den Krieg gegen Deutschland und Österreich noch immer fortsetzt. Ihr seid schuld, Sie Genosse dann und Ihre Freunde, Ihr angeblichen Sozialdemokraten, hat Eure Vertreter in die Regierung geschickt. Die Massen haben es satt, dass ein paar Opportunisten im Petrograder Sowjet, sie haben die Kapitalisten verkaufen. Das Blut, das jetzt fließen wird, kommt über Euch trotzdem. Ihr habt an die Gewalt appelliert, jetzt frisst sie Euch auf. Sie haben sich an der Verschwörung von Wahnsinnigen angeschlossen, Lev Davidovich. Gegen die Bolschewiki kämpfte in diesen Juli-Tagen 1917 nicht nur die Kherensky-Regierung mit Panzerfahrzeugen. Gegen sie stellen sich auch die beiden anderen großen Linksparteien, die menschewistischen Sozialdemokraten und die Sozialrevolutionäre. Der spontane Aufstand der Massen bricht zusammen. Im September jedoch ruft Lenin die Bolschewiki erneut und diesmal zum entscheidenden Schlag gegen die Kherensky-Regierung auf. Auf die Tagesordnung zu setzen ist der bewaffnete Aufstand in Petrograd und in Moskau. Auf die Tagesordnung ist die Eroberung der Macht gleichzeitig in beiden Hauptstädten. Und damit der Sturz der Regierung zu setzen. Es wäre durchaus naiv. Wollten wir darauf warten, bis die Bolschewiki eine formelle Mehrheit erobert haben. Doch Lenins Partei bildet keine geschlossene Front. Die Altbolschewiken Sinoviev und Kamenev sind gegen die Gewalt. Vor der Geschichte, vor dem internationalen Proletariat, vor der russischen Revolution und vor der russischen Arbeiterklasse. Wir haben kein Recht, die ganze Zukunft auf die Karte eines bewaffneten Aufstandes zu setzen. Versteht ihr nicht? Wir stehen vor der proletarischen Weltrevolution. Wollt ihr denn wirklich, dass wir zu Verrätern an der Internationale werden? Wladimir Ilyich, die Weltrevolution. Denken Sie lieber an Kherenskys Panzerfahrzeuge. Denken Sie daran, wie Sie uns im Juli niedergemäht haben. Für den Aufstand. 24. Oktober 1917. Die zweite Etappe der russischen Revolution beginnt. Alexander Fjotrovich Kherensky, der Mann, der Russland in eine parlamentarische Demokratie nach westlichem Vorbild verwandeln wollte, ist am Ende. Ein Kanonenschuss des Kreuzers Aurora gibt das Signal zum Sturm auf das Winterpalais. Kherenskys letzte Bastion in Petrograd. Am 25. Oktober 1917 hat Russland eine neue Regierung. Die Partei der Bolschewiki, eine Minderheit, zugleich aber eine hervorragend organisierte Gruppe entschlossener Berufsrevolutionäre, hat mit dem bewaffneten Aufstand die Macht über das vom Krieg erschöpfte, von Hunger, Not, Elend und Revolution zermürbte russische Reich an sich gerissen. Die Oktoberrevolution hat gesiegt. Russland steht am Rande des Bürgerkrieges, Genossen. Überall kommen die Kontrarevolutionäre aus den Löchern hervor. Die Beamten streiken, die Banken weigern sich uns die Gelder auszuzahlen und die Bauern liefern kein Getreide mehr ab. Die Bolschewiki allein können die Verantwortung nicht mehr tragen. Der Rat der Volkskommissare muss erweitert werden, Genossen. Wir brauchen eine Koalitionsregierung aller sozialistischen Parteien. Das Zentralkomitee hat längst beschlossen, die Koalitionsverhandlungen mit den anderen Fraktionen des gesamtrussischen Sowjetkongresses aufzunehmen. Ja, aber nicht, weil ihr die Koalition wirklich wollt. Der Genosse Sinoviev hat recht. Der Beschluss lautet ausdrücklich, die Verhandlungen nur zu dem Zweck zu führen, um die Untunlichkeit einer solchen Politik bloßzustellen und damit allen Koalitionsplänen ein Ende zu setzen. Was wollen Sie mit einer solchen Politik erreichen, Wladimir Ilyich? Wir müssen endlich einsehen, dass wir allein zu schwach sind. Wir können nicht dauernd nur mit Verboten regieren. Auch nicht nur mit Bayonetten. Mit Bayonetten kann man zwar einen Aufstand gewinnen. Wir waren doch einer der wenigen, die gegen den bewaffneten Aufstand gestimmt haben. Genosse Karmenjev, das haben wir nicht vergessen. Jawohl, ich war gegen den Aufstand. Ich war gegen die Gewalt. Sie haben den Aufstand durchgesetzt, Genosse Lenin, weil Sie die Macht haben wollten. Jetzt haben Sie die Macht. Und wie sieht diese Macht aus? Sie haben das Verbot aller nicht-bolschewistischen Zeitungen veranlasst. Ein Lenin, der sein ganzes Leben lang für die Pressefreiheit in Russland gekämpft hat, muss diese Pressefreiheit, die wunderbarste Errungenschaft der ganzen Revolution, beseitigen. Weil die Partei die Kritik ihrer Gegner zu fürchten hat. Wer Zeitungen verbietet, gibt seine Schwäche zu, Wladimir Ilyich. Wir sind zu schwach. Wir regieren Petrograd, Muskau und noch ein paar Städte. Aber wir regieren nicht Russland. Wir sollten ja allein auch Russland regieren. Die Partei hat nicht einmal 300.000 organisierte Mitglieder. Und Russland hat über 150 Millionen Einwohner. In einer Woche sind allgemeine Wahlen. Nur ein Fantast kann hoffen, dass wir die Mehrheit bekommen. Die konstituierende Versammlung wird den Rat der Volkskommissare auflösen. Es könnte sein, dass wir die konstituierende Versammlung mit dem Bayonett auflösen werden, Genosse Rykov. Doch so sieht die Freiheit aus, die Sie dem russischen Volk gebracht haben, Genosse Lenin. Die Freiheit. Welche Freiheit meint er denn, der Genosse Kamenev? Was das Proletariat braucht, ist nur die Macht. Die Freiheit braucht es nicht. Was ist sie eigentlich, diese sogenannte Freiheit? Sie ist nichts anderes als die bürgerliche Diktatur. In einem Staat, der sich zu Recht mit diesem Namen bezeichnet, gibt es sie nicht, diese Freiheit. Freiheit. Und wem soll sie eigentlich nützen? Das Volk will die Macht ausüben, also gibt man das Land den Bauern. Den Soldaten muss man den Frieden geben und den Proletariern die Macht. Jede Aktion, die sich nicht unmissverständlich dieses dreifache Ziel setzt, geht von einer falschen Interpretation des Marxismus aus. Wir können die Verantwortung für diese fatale Politik des Zentralkomitees nicht tragen. Diese Politik ist gegen den Willen eines großen Teils der Proletarier und Soldaten gerichtet. Das Proletariat will ein Ende des Blutzergießens. Eine rein bolschewistische Regierung kann sich nur durch politischen Terror an der Macht halten. Nehmen Sie zur Kenntnis, Genossen, dass wir einer solchen Regierung nicht angehören wollen. Das ist das Ende, Lev Davidovitsch. In Russland wird es keine andere Regierung geben als die Regierung des Sowjet, der Arbeiter, der Bauern und der Soldatendeputierten. Der gesamtrussische Sowjetkongress hat nun mal der Partei der Bolschewiki eindeutig die Mehrheit gebracht. Es kann also nur eine von uns gebildete Regierung als rechtmäßige Sowjetregierung betrachtet werden. Diese Streikbrecher und Deserteure mögen gehen. Die Bourgeoisie soll vor Locken und von Spaltung faseln, mögen die Kontrarevolutionäre freudig unseren Untergang prophezeien. Sie werden sich täuschen. Nach mehr als drei Jahren Krieg, der auch jetzt, acht Monate nach dem Sturz des Zarismus, noch immer weiter geht, haben die Bolschewiki im Oktober 1917 nur eine Chance, sich an der Macht zu halten. Wenn es ihnen gelingt, Schluss zu machen mit diesem entsetzlichen Blutvergießen, das das russische Volk Millionen von Toten und Verwundeten gekostet hat. Als eine ihrer ersten Maßnahmen veröffentlicht die neue Sowjetregierung ihr Dekret über den Frieden. Den Aufruf an alle kriegführenden Staaten zum sofortigen Abschluss eines Waffenstillstandes. Doch dieses Dekret über den Frieden bringt zunächst nur propagandistischen Erfolg. An der russischen Front haben sich die Soldaten mit ihren Gegnern verbrüdert. In den kriegführenden Staaten wächst der Widerstand der Linksradikalen gegen die Regierungen. Der Friede aber bricht deshalb noch lange nicht aus. Hallo, Petrograd? Hallo! Ja, hier ist das Hauptquartier des amtierenden Oberkommandierenden. Ja, hier ist das Hauptquartier, Herr General. Ja. Ja, wir wissen es. Der Apparat funktionierte nicht. Dann war er durch eine Verbindung des Hauptquartiers mit dem Generalquartiermeister besetzt. Ja, Sie holen ihn. Krylenkov, wir müssen den Waffenstillstand mit den Deutschen haben. Um jeden Preis. Sofort. Noch vor den Wahlen. Wir müssen, Genosse Krylenkov. Ja? Seien Sie so freundlich und bitten Sie den amtierenden Oberkommandierenden an den Apparat. Wir müssen den Waffenstillstand haben, Krylenkov. Wenn General Dujonin dieses Amt nicht ausübt, wollen Sie bitte die Person an den Apparat rufen, die ihn gegenwärtig vertritt. Ihr Dieterichs! Ja, General Dujonin hat bis ein Uhr früh auf Sie gewartet. Ja, jetzt schläft er. Jawohl, ein wichtiges Staatstelegramm ist bei uns eingegangen. Aber ohne Nummer und ohne Datum. Jawohl, wir haben zurückgefragt, um uns die Echtheit des Telegramms bestätigen zu lassen. Wir haben beim General Malinkowski im Kriegsministerium angefragt. Malinkowski! General Malinkowski ist lediglich mit der technischen Weiterführung auf dem Gebiet der Ausrüstung und Versorgung beauftragt. Die politische Leitung des Kriegsministeriums ist mir übertragen. General Dujonin weiß das genau. Wir erklären kategorisch, dass wir General Dujonin voll und ganz für die Verzögerung dieser wichtigen Staatsangelegenheit verantwortlich machen. Jawohl! Die sofortige Entsendung von Parlamentären zu den Deutschen! Wenn diese unnötige Verzögerung zu Hungersnot, zu einer Niederlage oder zu einem Zerfall führt oder anarchische Zustände zur Folge hat, so trifft die ganze Schuld daran nur sie allein. Und wir sorgen dafür, dass die Soldaten es erfahren. Ich werde das dem General melden. Jawohl, ich werde ihn sofort wecken lassen. Augenblick! Petron Drat. Dieser Thänrich Krölenko. Dujonin? Dujonin! Dujonin! Meine Herren, bevor ich einen Beschluss fassen kann, brauche ich folgende faktische Angaben. Beabsichtigt man, Verhandlungen über einen separaten Waffenstillstand aufzunehmen? Und mit wem? Nur mit den Deutschen oder auch mit den Türken? Und wie beabsichtigt man, mit der rumänischen Armee zu verfahren? Sie gehört schließlich zu unserer Front. Oder werden wir Verhandlungen über einen allgemeinen Waffenstillstand führen? Aber meine Herren, hat der Rat der Volkskommissare auf seinen Aufruf an die kriegführenden Staaten und auf sein Dekret über den Frieden überhaupt irgendeine Antwort erhalten? Keine Ausflüchte. Der Text des Ihnen zugestellten Telegrammers ist klar und deutlich. Ihre Aufgabe war es, nach Erhalt des Telegrammers die sofortige Aufnahme von Waffenstillstandsverhandlungen mit allen mit uns im Krieg befindlichen Staaten einzuleiten. Hören Sie, es steht Ihnen in keiner Weise zu, eine so wichtige Staatsangelegenheit durch irgendwelche Fragen zu verzögern. Ich hoffe, ich habe mich unmissverständlich ausgedrückt. Wir bestehen darauf, dass sofort ohne weiteren Aufenthalt Parlamentäre entsandt werden, gleich jetzt, in dieser Stunde. Ich begreife nur, dass Sie in Petrograd offenbar keine Möglichkeit haben, mit den kriegführenden Ländern unmittelbar zu verhandeln. Wie soll da ich Verhandlungen in Ihren Namen führen? Ich bin ebenfalls der Auffassung, dass der schnellste Abschluss eines allgemeinen Friedens im Interesse Russlands liegt. Aber so, meine Herren! Nur eine zentrale Regierungsmacht, unterstützt von der Armee und dem Lande, kann für die Feinde genügendes Gewicht und genügende Bedeutung haben, um diesen Verhandlungen die Autorität zu verleihen, die zur Erreichung von Resultaten notwendig ist. Ich wiederhole nochmals, den für Russland notwendigen Frieden kann nur eine zentrale Regierung bringen. Im Namen der Regierung der Russischen Republik und im Namen und im Auftrag des Rates der Volkskommissare erkläre ich Sie mit sofortiger Wirkung Ihres Amtes als Oberkommandierender enthoben. Und zwar wegen Nichtausführung der Anweisungen der Regierungsmacht und wegen Ihres unentschuldbaren Verhaltens, durch das Sie nicht nur die werktätigen Massen, sondern gerade die unter Ihrer Verantwortung gestellte Armee in nicht wiedergutzumachendes Elend stürzten. Zum Oberkommandierenden wird der Fähnrich Krülenkow von uns ernannt. Diese ahnungslosen Narren, die glauben, man lässt ein paar Parlamentäre mit weißen Fahnen aus den Schützengräben klettern und schon bricht der Friede aus. Rat der Volkskommissare. Zehn Kilometer außerhalb von Petrograd kennt das sogenannte Volk nicht einmal Ihren Namen. Welche Befehle erfreien Sie, Herr General? Ich, äh, gar keine, mein Lieber. Ich gehe wieder schlafen. Man hat mich meines Amtes enthoben. Lassen Sie mich wecken, wenn mein Nachfolger ankommt. Unser lieber Fähnrich Krülenkow. Ah, guten Morgen, Exzellenz. Guten Morgen. Sie haben sich also auch in die Höhle des Roten Löwen gewagt? Nur inoffiziell, mein Kapitän. Nur inoffiziell. Die belgische Regierung hat ein berechtigtes Interesse, die Pläne dieses neuen Herren Außenministers auszukundschaften. Was aber nicht bedeuten soll, dass wir diese Herrschaften da drinnen anerkennen. Übrigens, Sie sind ja auch hier. Ja, auch nur inoffiziell, Exzellenz. Auch die französische Regierung würde sich gern auf dem Laufenden halten, was ebenfalls keine Anerkennung bedeutet. Das haben wir Franzosen mit den Amerikanern und den Briten gemeinsam. Wir versteifen uns darauf zu leugnen, dass die Welt sich dreht. Wir tun ganz so, als ob die bolschewistische Regierung nicht vorhanden wäre. Ja, aber sie ist vorhanden. Dieser Herr Trotzki mag ja ein ganz aufrichtiger Mensch sein, aber ein Träumer. Er träumt davon, wovon das ganze russische Volk träumt. Von einem sofortigen Friedensschluss mit den Deutschen. Ein Albtraum für uns alle, der sich aber nicht verwirklichen wird. Die Russen mögen den Krieg satt haben, aber sie wollen nicht von deutschen Armeen besetzt werden. Überall im Lande regt sich der Widerstand. Die belgische Botschaft hat zuverlässige Informationen, dass sich ein General Kornilov mit einer neuen Armee in Marsch gesetzt hat. In der Ukraine hat sich eine unabhängige, antibolschewistische Regierung gebildet und in Novo-Chakas gibt es noch einen General, der eine Kosakenarmee neu aufbaut. Alexeyev. Ja, Alexeyev, richtig. Jedenfalls diesen Herrn Lenin und seine Volkskommissare haben wir noch ein paar Tage und dann ist der ganze bolschewistische Spuk zu Ende. Doch die Hoffnung der westlichen Alliierten wird enttäuscht. Der bolschewistische Spuk geht nicht vorbei. Die Bolschewiki verbünden sich nun doch mit der Partei der linken Sozialrevolutionäre, um ihre schmale Regierungsbasis zu erweitern. Und das dringendste Ziel dieser neuen, über ein in grauenhafter Not dahinvegetierendes Volk herrschenden Koalitionsregierung, bleibt der Friede. Wenn Lenin den hungernden und frierenden Massen schon kein Brot, keine Kohle, keine Kleidung geben kann, muss er ihnen zumindest ein Ende des Krieges bringen. Schlag sie vor! Da ist er, Herr Honigmann, die Fulme! Für die Generäle, schlag sie vor den Korkensteinen! Die Hütte hat er, die Wohle! General Dofonni, Sie haben sich geweigert, dem vom Rat der Volkskommissare ernannten neuen Höchstkommandierenden, das Kommando zu übergeben. Sie lügen, Fenrich Krilenko! Ich habe erklärt, dass ich das Oberkommando jeder gesetzlich autorisierten, vom Senat ernannten Person abtreten werde. Sie sind durch kein Gesetz autorisiert, Fenrich Krilenko. Die Regierung, die sie ernannt hat, ist keine rechtmäßige Regierung. Aufhängen! 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 Ruhe! Ruhe, Genossen! General Dofonni, Sie werden wegen Gehorsamsverweigerung vor ein revolutionäres Kriegsgericht gestellt. Bis dahin sind Sie mein Gefangener. Steigen Sie ein. Sie werden nach Petrograd gebracht. Die Petro-Rose-Party! Die Petro-Rose-Party! Die Petro-Rose-Party-Party-Gallt! Aufhängen! 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 Genosse Matrose! Niemand hängt hier! Und niemand wird gehängt! Die Revolution wird sich ihre Hände nicht mit Unrecht vergossenem Blut besudeln. Wir sind Soldaten, keine Mörder. Hingerichtet wird nur, wen ein Gericht zum Tode verurteilt hat. Na schön, bringt ihn nach Petrograd. Vielleicht entkommt er euch. Kornilov ist euch auch entwischt. Hätten wir sie aufgehängt, hätten wir Ruhe vor ihnen. Sie treiben sich bei den Korsaken herum. Und bei den Ukraine an. Und sammeln Truppen gegen uns. Sie wollen den Krieg fahrt setzen, die Herren Generale. Sie wollen Kerensky zurückholen, diese Schufe. Sie wollen den Zaren wieder auf dem Tode haben. Sie wollen Konstantinopel erobern. Und wir sollen trepieren. Alle Generale an die Gelden. Aufhängen! Wir brauchen kein Kriegsgericht. Wir machen selten Schluss mit ihm. Wir brauchen kein Krieg vor. Innenos. Genossen! Genossen! Wir brauchen kein Kriegsgericht. Wir brauchen kein Kriegsgericht. Wir brauchen kein Kriegsgericht. Was soll ich dort? Merci, Monsieur. Ich werde ein paar Proklamationen erlassen und den ganzen Laden zusperren. Die Akten, die ich brauche, habe ich. Man hat mir die Schlüssel zu den Tresoren ausgehändigt. Unter dem sanften Druck einiger Bayonette. Wenn es Sie interessiert, können Sie sie lesen. Jeder kann sie lesen. Sie sind kein Geheimnis mehr. Der Rat der Volkskommissare wird alle Geheimverträge der zaristischen Regierung mit ihren Verbündeten veröffentlichen. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Das ist mein Ernst. Hier, hier ist der Beweis, dass wir Bolschewiki immer die Wahrheit gesagt haben, dass dieser Krieg ein imperialistischer Krieg ist. Dass dieses verfluchte Zarenregime diesen Krieg nur begonnen hat, um Galicien und Konstantinopel zu erobern. Wir werden diese Dokumente veröffentlichen. Das Proletariat der ganzen Welt soll erfahren, wofür Sie von Ihren Kaisern und Königen auf die Schlachtbank getrieben worden sind. Das sollte Sie doch nicht weiter stören, Hauptmann Zadul. Sie sind doch Sozialist. Zunächst bin ich Franzose. Bitte. Danke. Die Veröffentlichung dieser Geheimverträge bedeutet den endgültigen Bruch Russlands mit seinen Alliierten. Die Alliierten Regierungen haben noch die Möglichkeit, ihre Haltung zu überdenken. Sie können das Ihrem Botschafter mitteilen, Hauptmann Zadul. Wir fragen bei den Regierungen an, sind sie einverstanden, mit uns zusammen in Friedensverhandlungen einzutreten. Und wir werden zugleich an die arbeitenden Massen aller alliierten Völker appellieren, ob sie einverstanden damit sind, dass dieses sinnlose Gemetzel fortgesetzt wird. Die Deutschen wollen keinen Frieden. Sie wollen den Sieg. Ludendorff wird mit Russland nur einen Waffenstillstand schließen, um 80 Divisionen für seine Westfront frei zu bekommen und um die alliierten Armeen zu überrennen. Glauben Sie wirklich, dass es dem Sozialismus nützt, wenn die Deutschen in Paris einmarschieren? Das russische Heer und das russische Volk können nicht länger warten. Wenn uns die Bourgeoisie der Alliierten zu einem Separatfrieden zwingt, wird die Verantwortung dafür auf sie fallen. Aber die Deutschen sind es doch, die keinen allgemeinen Frieden wollen. Die Deutschen werden mit uns verhandeln. Unter dem Druck der Massen müssen sie sich unserer Anklage stellen. Verlassen Sie sich darauf, Hauptmann Zadul. Die Ankläger in der Gestalt der russischen revolutionären Friedensdelegation werden ihrer Aufgabe gewachsen sein. Brest-Litovsk. Hier trifft Trotzki Ende Dezember 1917 zu Friedensverhandlungen mit den Deutschen und den Österreichern ein. Und er ist entschlossen, den Verhandlungssaal von Brest zum Exerzierfeld weltrevolutionärer Propaganda zu machen. Major von Kameke, meine Herren, ich habe die Ehre, Sie namens der deutschen und der österreichisch-ungarischen Friedensdelegung in Brest-Litovsk zu begrüßen. Gleichzeitig habe ich die Ehre, Sie namens des Oberbefehlscher des Ost, seiner königlichen Hoheit, des Prinzen Leopold von Bayern, für heute Abend zum Gala-Diner zu laden. Für Offiziere, Uniform, für die Herrn Delegierten, Smoking. Üblicherweise essen die Delegationen in den Verhandlungspausen gemeinsam, Genosse Trotzki, im deutschen Aufzierscasino. Wir sind hierher gekommen, um Frieden zu schließen, nicht Freundschaft. Sagen Sie, dass Sie Ihrem Oberbefehlshaber, Herr Major. Die russische Delegation nimmt Ihre Mahlzeiten allein ein. Wollen Sie jetzt bitte dafür sorgen, dass wir in unsere Quartiere gebracht werden? Wir merken, es wird die Begrüßung. Verrast wir in der ganzen Fall zu. Die Fahrt durch die russischen Linien zur deutschen Front dürfte ein ziemlicher Schock für die Herren gewesen sein, Herr Major. Alles leer, die russischen Schützengräben wie ausgestorben. Der Herr Trotzki, der ist bleicher und bleicher geworden, als er nach seiner Armee Ausschau hielt und kaum irgendwo noch einen Mann entdecken konnte. Nee, Herr Major, nach dem Anblick unterschreiben die Genossen alles. An Krieg ist da nicht mehr zu denken. Was ist denn das? Ein gewisser Herr Karl Radeck, Herr Major. Für deine Kameradengenosse, es lebe die internationale Völkerverbrüderung. Nieder mit dem Krieg, es lebe die Weltrevolution. Das ist ein Affront. Das ist ein Affront ohne Gleichen. Sonst ausgerechnet diesen Radeck vor die Nase zu setzen. Ein österreichischer Deserteur, der vor ein Kriegsgericht gehört und aufgehängt werden müsste. Ich finde es empörend wie Sie. Trotzdem, wir müssen es hinnehmen. Wir brauchen diesen Vertrag, General. Vielleicht noch dringender als die Russen. Ich nehme mir daher die Freiheit vorzuschlagen, dass der Passus von der Freundschaft zwischen Russland und den Staaten, die Sie vertreten, aus dem Vertragsentwurf gestrichen wird. Ich muss dem Herrn russischen Delegationsführer recht geben. Von Freundschaft kann zumindest auf russischer Seite keine Rede sein. Hier. Broschüren, Flugblätter. Von einem seiner Begleiter unter schamloser Ausnutzung seines diplomatischen Status eingeschmuggelt. Der General scheint den Einfluss der Wahrheit auf seine Soldaten zu fürchten. Wahrheiten, Herr Trotzki, wüste Beschimpfungen und ungeheuerliche Verleumdungen der deutschen Armee und des deutschen Oberkommandos. Das liegt an der weltanschaulichen Verschiedenheit zwischen uns beiden. Der General ist zugegeben in keiner beneidenswerten Lage. Er muss mit mir über den Frieden verhandeln. Mit einem Mann, über dessen Kopf noch immer ein Gefängnisurteil schwebt, das ein deutsches Gericht einmal wegen Antikriegspropaganda verhängt hat. Meine Herren, ich bitte doch sehr. Wir wollen zur Sache kommen. Die Sache ist die, dass die deutschen und österreichischen Delegierten zwar vom Frieden sprechen, dass sie aber die russischen Gebiete, die ihre Truppen besetzt haben, auch nach Unterzeichnung eines Friedensvertrages nicht räumen wollen. Ich nenne nur Polen die Ukraine. Das ist keine Friedenspolitik. Das ist imperialistische Eroberung. Ich weise diesen Vorwurf entschieden zurück. Polen und die anderen von unseren Truppen besetzten Länder haben ihr Selbstbestimmungsrecht erhalten. Wir haben überall nationale Regierungen eingesetzt. Kein Land kann sein Schicksal selbst bestimmen, solange es von fremden Truppen besetzt ist. Ich habe den Eindruck, dass der Herr russische Delegierte, der uns imperialistische Eroberungspolitik vorwirft, seinerseits die frühen Eroberungen russischer Zaren verewigen möchte. Wir verteidigen nicht die Besitzungen Russlands, sondern die Rechte einzelner Völker auf ihre Freiheit. Wir sind zwar Revolutionäre, aber wir sind Realisten. Ihre Regierungen haben die Vertreter der besetzten russischen Gebiete nicht hierher nach Brest eingeladen. Das allein schon zeigt, dass sie als Kolonien ohne eigenen Willen behandelt werden. In der Sprache von Realisten nennt man sowas nicht Selbstbestimmungsrecht der Völker. Man gebraucht dafür einen ganz anderen Ausdruck. Wir bestreiten Deutschland ganz entschieden das Recht, diese Nationen zu unterjochen. Die russische Delegation spricht so, als stünde sie siegreich auf dem Boden unserer Länder. Ich erinnere die Herren daran, dass das Gegenteil der Fall ist. Auf russischem Boden stehen siegreiche deutsche Truppen. Die russische Delegation verlangt von uns, dass wir das Selbstbestimmungsrecht der Völker anerkennen. Sie selbst aber denkt nicht daran. Die Sowjetregierung beruht ausschließlich auf Gewalt. Die deutsche Reichsregierung, Herr General. Die deutsche Reichsregierung hat uns aus dem Munde des Herrn Staatssekretärs Kühlmann erklärt, dass Polen und Ukrainer sich unter nationalen Regierungen ihrer Freiheit erfreuen. Sie, Herr General, erklären uns, dass es sich um russisches Gebiet handelt, auf dem siegreiche deutsche Truppen stehen. Darf ich fragen, ob Sie nun die oberste deutsche Heeresleitung vertreten oder die deutsche Reichsregierung? Die Herren scheinen ganz zu vergessen, dass es noch russische Truppenkontingente gibt. Die auf österreichischem und auf türkischem Gebiet stehen. Ich repräsentiere hier nicht die deutsche Reichsregierung. Ich vertrete hier das deutsche Oberkommando. Die oberste Heeresleitung lehnt jede Einmischung in die Angelegenheiten der besetzten Gebiete ab. Aber meine Herren, meine Herren. Wir, die Mitglieder der russischen Delegation, sind keine Diplomaten, Graf Czernin. Wir sind Soldaten der Revolution. Und als Soldaten bevorzugen wir Erklärungen, die in jeder Hinsicht eindeutig und klar sind. General Hoffmann hat ganz recht, wenn er sagt, dass sich die Sowjetregierung auf die Macht stützt. Uns ist aus der Geschichte auch keine Regierung bekannt, die ohne Macht auskommen konnte. Was anderen Regierungen an uns auffällt und sie so peinlich berührt, ist die Tatsache, dass wir keine streikenden Arbeiter verhaften, sondern Kapitalisten. Dass wir nicht auf Bauern schießen, die Land fordern, sondern Grundbesitzer und Offiziere verhaften, die auf Bauern zu schießen versuchen. Im Übrigen ersuche ich die Konferenz auf einige Tage zu unterbrechen. Ich sehe mich gezwungen, meine Regierung von der mir unannehmbar scheinenden deutschen Forderung zu informieren, russisches Gebiet auch nach Unterzeichnung eines Friedensvertrages durch deutsche Soldaten besetzt zu halten. Exzellenz Ludendorff ist der Meinung... Was heißt der Meinung? Ich erteile Ihr Befehlen, mit diesem Theater in Prestitops Schluss zu machen. Wie lange sollen wir noch mit diesem bolschewickischen Gesindel verhandeln? Sie haben zu unterschreiben, sonst gar nichts. Ausgerechnet diesen Quatschkopf Hoffmann, wo Sie da sitzen haben. Hören Sie! Ja, ja, ich verstehe. Habe ja alles gehört. War ja laut genug. Im Hauptquartier sieht natürlich alles anders aus als hier, wo die Herren Diplomaten immer dazwischen funken. Entweder man verhandelt oder man marschiert. Ich bin für marschieren, wenn Sie mich fragen. Trotzki? Ah, Trotzki ist wieder zurück nach Petrograd. Er will sich neue Vollmachten holen. Die haben ja jetzt dort zum Parlament oder sowas. Ich habe... Verstanden, Herr General. Ich werde Exzellenz ausführlich berichten. Habe verstanden, Herr General. Hat sich wieder mal von unseren Herren Diplomaten einwickeln lassen, wie? Die russische Delegation hat auf Unterbrechung der Verhandlungen bestanden. Offenbar wollen die Herren die Eröffnung der konstituierenden Versammlung in Petrograd abwarten. Den Spaß vergönne ich Ihnen. Sowas von der Wahlniederlage hat es noch nicht gegeben. Keine 25% der Stimmen für diesen Lenin und seine Bolschewiken. Ich habe so das Gefühl, Bauer, es dürften ganz andere Herren nach Brest-Litovsk zurück an den Verhandlungstisch kommen. Ich möchte nicht sagen, dass das unbedingt ein Vorteil für uns ist, Herr General. Lenin und diese Bolschewiki brauchen den Frieden. Das ist überhaupt das Einzige, was er an der Macht halten kann. Aber die anderen Parteien? Wenn nach Lenin ein neuer Kerensky kommt, der den Krieg lieber weiterführt, bevor er kapituliert. Wer immer nach diesem Lenin kommt, es bleibt ihm gar nichts anderes übrig, als zu unterschreiben. Es gibt keine russische Armee mehr, die länger als acht Tage Widerstand leisten könnte. Der Ofen ist aus. Das ist unser Glück, Bauer. Und das ist unsere Rettung. Wir brauchen jeden Mann für die Westfront. Und die Österreicher brauchen jeden Sack Getreide, der in der Ukraine überhaupt aufzutreiben ist. Vor dem Taurischen Palais erwarten Maschinengewehre die nicht-bolschewistischen Demonstranten, die die konstituierende Versammlung begrüßen wollen. Achtung! Feuer! An diesem 5. Januar 1918 sind die Bolschewiki und die mit ihnen verbündeten linken Sozialrevolutionäre entschlossen, sich die Macht von der konstituierenden Versammlung nicht aus den Händen nehmen zu lassen. Genossu Ritschi, wir protestieren gegen diesen ungeheuerlichen Terror, unter dem diese Versammlung steht. Draußen wird geschossen, Genossu Ritschi. Die Bolschewiki begrüßen die Konstituante mit Verschienen, die wir salven. Wir sorgen lediglich für Ordnung, Genossen. Die Konstituante soll unbeeinflusst vom Druck der Massen ihre Sitzung eröffnen. Gehört das nicht zu den demokratischen Prinzipien, die die Genossen Mensch-Shibiki immer so hochhalten? Ruhe und Ordnung! Jawohl, Ruhe und Ordnung! Und draußen mähen Maschinengewehre das Proletariat nieder! Und hier herrähnen, auf der Galerie, dort der Mob! Ruhe und Ordnung! Ich verstehe Ihre Aufregung nicht, Genossu Zeritelli. Das sind alles Bürger, die ordnungsgemäß ausgestellte Eintrittskarten vorgewiesen haben. Eintrittskarten von wen ausgestellt, Ritschi? Von Ihnen? Von der TK? Verlaufen Sie die Wandel im Parlament! Lassen Sie es nicht einmal unter den Zaren gegeben! Lassen Sie die Terror-Trupps der Bolschewiki! Alle Gewalt, Genossu Zeritelli, alle Gewalt wird Euch nichts nützen. In Russland hat das Volk gesprochen und das russische Volk hat Euch nicht gewählt. Ihr seid in der Minderheit! Jetzt haben Sie genug geklingelt, Herr Präsident! Die konstituierende Versammlung ist eröffnet. Bürgerabgeordnete! Im Namen des Exekutivkomitees des gesamtrussischen Sowjets, der Arbeiterbauern und Soldatendeputierten, eröffne ich diese Versammlung! Bürgerabgeordnete! Im Namen des Sowjets lege ich der konstituierenden Versammlung folgende Deklaration der Rechte des Wehrtätigen und ausgebeuteten Volkes vor und beantrage deren Annahme! Erstens, Russland wird zur Republik der Sowjets der Arbeiterbauern und Soldatendeputierten erklärt! Die gesamte zentrale und lokale Staatsmacht gehört den Sowjets! Das Privateigentum an Grund und Boden wird aufgehoben. Die Übergabe aller Banken in das Eigentum des Arbeiter- und Bauernstaates wird als eine der Vorbedingungen für die Befreiung der werktätigen Massen vom Joch des Kapitals bestätigt. Um die parasitären Schichten der Gesellschaft zu beseitigen, wird die allgemeine Arbeitspflicht eingeführt. Um den Werktätigen die unumschränkte Macht zu sichern, wird die Bewaffnung der Werktätigen, die Bildung einer sozialistischen Roten Armee der Arbeiter und Bauern und die völlige Entwaffnung der besitzenden Klassen dekretiert. Die machen es gänzlich und ausschließlich den werktätigen Massen und ihren bevollmächtigten Vertretern, den Sowjets, der Arbeiterbauern und Soldatendeputierten gehören! Applaus Während die Maschinengewehre der Tschecha, Lenins Geheimpolizei, vor dem taurischen Palais die nicht-bolschewistischen Demonstranten niedermähen, bereitet die konstituierende Versammlung, das einzige frei gewählte Parlament, das Russland je hatte, den Bolschewiki vor der Geschichte ihre große Niederlage. Bei der Wahl des Präsidenten bleibt die von den Bolschewiki unterstützte Führerin der linken Sozialrevolutionäre, Maria Spiridonova, rettungslos in der Minderheit. Zum Präsidenten wird der Kandidat der stärksten Fraktion, der rechte Sozialrevolutionär Viktor Mikhailovich Tschernow gewählt. Das Land ist zerrissen, an seinen Grenzen von Feinden bedroht. Das Volk ist uneins. Die bolschewistische Regierung hat die bürgerlichen Freiheiten vernichtet. Alle nicht-bolschewistischen Zeitungen sind verboten. Abgeordnete, die das russische Volk gewählt hat und die hier in diesem Saale sitzen sollten, sind verhaftet worden. Führerin der Bolschewistische Regierung hat die Freiheit, die uns die Revolution hätte bringen sollen, hat sie uns den blutigen Terror der Bolschewiki gebracht. Die Debatte ist beendet. Die Bürgerabgeordneten werden zur Abstimmung über den Antrag der Partei der Bolschewiki aufgefordert. Wer für den Antrag stimmt, möge die Hand heben. Wer gegen den Antrag stimmt, der Antrag ist abgelehnt. Ich danke Ihnen. Damit hat sich die konstituierende Versammlung selbst entlarvt. Sie ist nichts anderes als ein Deckmantel für den kontrerevolutionären Kampf der Bourgeoisie gegen die Sowjetmacht. Wir wollen mit ihr nichts mehr zu tun haben. Nichts. Nichts. Genossen. Nur Schuften und Idioten können sich einbilden, dass das Proletariat erst die Macht haben muss durch Wahlen, die unter bürgerlichem Joch stattfinden und erst dann, erst dann versuchen kann, die Macht an sich zu reißen. Wir dagegen behaupten, dass das Proletariat erst die Bourgeoisie stürzen und die Macht an sich reißen muss, um diese Macht, die Diktatur des Proletariats, dann so zu gebrauchen, dass es die Sympathie der Majorität der Werktätigen für sich gewinnt. Die Konstituierende Versammlung ist durch Erlass des Rates der Volkskommissare aufgelöst. Gehen Sie getrost wieder nach Hause, Bürger. Es gibt keine Konstituante mehr. Der Rat der Volkskommissare ist ausschließlich dem gesamtrussischen Sowjet, der Arbeiter, Bauern und Soldatendeputierten verantwortlich. Dazu sind Sie nicht berechtigt. Wir protestieren. Unterhören. Die Geschichte beweist klar, dass das Salz der Erde langsam nach Osten wandert. Im 18. Jahrhundert war Frankreich das Salz der Erde, im 19. Deutschland und jetzt ist es Ostland. Fordern beweist die Geschichte nur, dass die deutschen Truppen nach Osten wandern. Ja, und das leider nicht langsam, sondern verflucht schnell. Es bleibt uns ganz einfach nichts anderes übrig, als zu unterschreiben. Danke vielmals. Die richtige Einschätzung unserer Lage verbietet es, Bedingungen zu stellen. Wir müssen jeden Frieden bedingungslos annehmen. Und mag es noch so schmachvoll sein. Diese Verräter und Deserteure haben das ZK im Oktober verlassen, als es um den Aufstand ging. Sie haben es im November verlassen, als es um die Alleinherrschaft ging. Wir haben sie wieder in unsere Reihen aufgenommen. Trotzdem wundert sich niemand, dass sie uns jetzt wiederum im Stich lassen wollen. Aber Lenin, ist der Genosse Lenin ebenfalls zu den Kapitulanten und Opportunisten übergelaufen? Wenn wir kapitulieren, wenn wir das deutsche Diktat annehmen, dann verraten wir nicht nur unsere eigene Revolution. Wir fallen dem deutschen und dem österreichischen Proletariat in den Rücken. Und wenn wir nicht kapitulieren, Genosse Oritzki, dann werden uns die Massen hinwegfehlen. Die Masse! Seit wann kümmert sich der Genosse Lenin um die Masse? In ihrer tiefen Verzweiflung ist auch die dumpfe Masse zu spontanen Ausbrüchen fähig. Und die Verzweiflung ist da, sie ist überall. Und nur wer blind und taub ist, kann sie übersehen oder kann sie überhören. Gegen die spontane Verzweiflung gibt es probate Mittelgenossen. Wir haben die Konstituante zerschlagen. Ja, wir haben sie auseinandergejagt. Und die Masse hat geschwiegen dazu. Aber nur, weil wir den Bauern Land und den Soldaten Frieden versprochen haben. Und wenn wir jetzt unsere Versprechungen nicht wahr machen, den Soldaten Frieden und den Bauern Land zu geben, dann wird uns eine neue Revolution davonspülen. Und verlasst euch darauf. Die Regierung, die nach uns kommt, wird zu härteren Bedingungen kapitulieren müssen. Das ist russisch gedacht. Engstirnig russisch. Wir stehen hier nicht nur für das russische Proletariat. Sondern für das Proletariat der ganzen Erde. Schlägt der Genosse Zerzhinsky vielleicht die Führung eines revolutionären Krieges vor? Revolutionärer Krieg. Das ist ein Wort. In Deutschland und in Österreich wird sich das Proletariat erheben und mit uns gemeinsam die Hohenzollern und Habsburger davonjagen. Ihr träumt ja. Ihr fantasiert. Niemand wird sich erheben. Ich wünsche uns, wir würden hier so sicher auf unseren armseligen Holzbänken sitzen, wie die Hohenzollern und die Habsburger auf ihren Thronen. Womit wollt ihr euren revolutionären Krieg führen? Mit ein paar tausend Kronstädter Matrosen? Mit Oritzkis, lettischen Scharfschützen, die nicht einmal ausreichen, um unsere eigenen Kontrarevolutionäre im Zaum zu halten? Seid ihr denn tatsächlich blind? Fragt Kaminet. Er ist durch die russische Front nach Brest gefahren. Tragt ihn! Wie viele Soldaten er in den russischen Schützengräben gesehen hat. Fragt Trotsky! Er soll euch die Wahrheit sagen! Die Wahrheit ist, dass die Deutschen in acht Tagen in Petrograd sind. Wenn wir nichts unterschreiben. Die Geschichte beweist... Ja, dass Russland das Salz der Erde ist. Das haben wir heute schon einmal von Genossen Zwerdlov gehört. Aber ihr, ihr seid im Begriff, dieses Salz zu verschütten. Ihr wollt kapitulieren. Es gibt so etwas wie einen heiligen Egoismus der russischen Revolution. Wollt ihr euer eigenes bisschen erbärmliches Leben retten, indem ihr euch unter dem deutschen Soldatenstiefel duckt? Ihr wollt den deutschen Polen opfern. Ihr wollt ihnen die Ukraine ausliefern. Ist das die Weltrevolution, die wir dem internationalen Politeiat versprochen haben? Die westliche Welt geht mit der Revolution schwanger. Ja, aber die russische Revolution hat bereits ein Kind geboren. Ein gesundes und laut schreiendes Kind. Wir müssen um jeden Preis das Leben dieses Kindes schützen, wenn die Welt die Hoffnung auf die Revolution nicht verlieren soll. Wir haben die Meinung des Genossen Trotzki noch nicht gehört. Trotzki, der hat im Brest schon viel zu viel Zeit verloren. In Erwartung der nicht mehr fernen Stunde, in der die arbeitenden Klassen aller Länder die Macht ergreifen werden, ziehen wir unsere Armee und unser Volk aus dem Krieg zurück. Wenn je eines der beiden Lager in diesen Krieg in Selbstwehr gehandelt hat, so stimmt das längst nicht mehr. Wir wollen nicht mehr an diesem imperialistischen Krieg teilnehmen, bei dem die Ansprüche der besitzenden Klassen offen durch menschliches Blut eingelöst werden. Wenn Deutschland, Serbien, Belgien, Litauen, Polen und Rumänien besetzt, so ist das kein Verteidigungskrieg mehr. Es ist ein Kampf um die Aufteilung der Welt. Wir weigern uns, Bedingungen zu unterschreiben, die der deutsche und der österreichisch-ungarische Imperialismus mit dem Schwert auf die lebenden Körper der Völker schreibt. Wir ziehen uns vom Krieg zurück. Wir verkünden das allen Völkern und Regierungen. Wir geben den Befehl zur vollen Demobilisierung unserer Armee, aber wir unterzeichnen keinen Vertrag. Wir können nicht die Unterschrift der russischen Revolution und einen Friedensvertrag setzen, der Millionen menschlicher Wesen unter Drückung, Leid und Unglück bringt. Himmel, Herr Gott, am Mann! Haben Sie doch alle den Verstand verloren! Wir können nicht aufs Geradewohl nach Russland hinein marschieren. Bis nach Vladivostok wohl möglich. Wir müssen Schluss machen. Wir brauchen die Truppen für die Westfront. Ist nun Krieg oder ist kein Krieg mehr? Sie kämpfen nicht, aber Sie unterschreiben auch nicht. Das ist der lächerlichste Krieg, den ich je erlebt habe. Und der Krieg geht weiter. Die Bolschewiki sind zwar mit der konstituierenden Versammlung fertig geworden, aber die deutschen Truppen können sie nicht aufhalten. Und diese deutschen Truppen rücken unaufhaltsam weiter vor, um die Unterzeichnung des Friedensvertrags zu erzwingen. Trotzkis propagandistischer Appell an die Weltöffentlichkeit berührt die deutsche oberste Heeresleitung nicht. Sie können sich's ausrechnen, Hauptmann Sadul. Wie lange es dauert, bis die Deutschen in Petrograd sind. Wir haben keine Möglichkeit, sie aufzuhalten. Die Einsicht kommt spät. Es kann auch der französischen Regierung nicht gleichgültig sein, ob die Deutschen Petrograd besetzen oder nicht. Es kann auch den Briten und den Franzosen nicht gleichgültig sein, ob... Soll ich das als offizielles Hilfsansuchen der russischen Regierung betrachten? Heißt das, die Sowjetregierung ist bereit, den Krieg auf Seiten der Alliierten fortzusetzen? Ohne Einschränkung und ohne Hintergedanken. Wir können den Krieg nicht fortsetzen. Sie wissen das selbst, Hauptmann Sadul. Wir können nur noch versuchen, Petrograd zu verteidigen, bis ein Friedensvertrag unterzeichnet ist. Wenn die Deutschen erst in Petrograd sind, dann steht ihnen der ganze Norden Russlands offen. Bis Archangelsk, Hauptmann Sadul. Sollten Sie vergessen haben, dass dort noch die Waffen- und Munitionsvorräte der britischen Militärmissionen lagern? Möchten Sie, dass Archangelsk in deutsche Hände fällt? Offen heraus. Was erwartet die Sowjetregierung von uns? Offen heraus gesagt, Hauptmann Sadul alliierte Hilfe, falls sich die Unterzeichnung des Friedensvertrages verzögert. Heißt das, dass Russland den Separatfrieden unterzeichnen wird? Wir müssen. Jetzt müssen wir alles unterschreiben, was man uns vorlegt. Vielleicht doch nicht alles. Wenn es gelingt, den deutschen Vormarsch zu stoppen, man kann Brücken sprengen, Eisenbahnlinien zerstören, Straßen unbenützbar machen. Das heißt, wir können es nicht mehr. Die Alliierten könnten es mit den Truppen, die sie noch in Russland stehen haben. Das Zentralkomitee muss noch heute darüber entscheiden, ob wir bedingungslos alles unterschreiben sollen, was die Deutschen uns vorlegen oder nicht. Die Haltung der Alliierten könnte auf diese Entscheidungen großen Einfluss ausüben, Hauptmann Sadul. Lev Davidovich, wollen Sie für mich meine Stimme abgeben? Ja, meine Russischkenntnisse sind leider nicht so gut, wie Sie glauben. Ich bitte um die Registrierung meiner Stimme für die Annahme von Kartoffeln und Waffen von den Banditen des angloamerikanischen Kapitalismus. Auch gesprengte Brücken können jetzt nicht mehr helfen. Nichts mehr kann den deutschen Vormarsch aufhalten. Nichts mehr kann Russland vor der Kapitulation und vor dem Verlust seiner Randstaaten bewahren, die Trotzki in Brest-Litovsk noch retten wollte. Im Süden stoßen deutsche Truppen in die Ukraine vor. Im Norden nähern sie sich unaufhaltsam Petrograd. Und die Sowjetregierung sieht sich zur Flucht in ihre zweite Hauptstadt, Moskau, gezwungen. Die Helden des Roten Oktober geben Fersengeld. Wir haben zwar einen obersten Kriegsrat gegründet, aber wir kämpfen nicht. Wir verdrücken uns nach Moskau, damit uns die Deutschen in Petrograd nicht erwischen. Sogar Trotzki. Der Präsident des Kriegsrates packt seine Koffer. Noch vergessen Sie nichts, Genosse. Ich glaube kaum, dass Sie jemals wiederkommen werden. Ich weiß, bei uns gibt es so etwas wie eine Kriegspartei. Sie zum Beispiel, Radek. Und Jarzynski, auch ein Pole. Die Polen sind ein kriegerisches Volk. Womit wollen Sie Krieg führen, Sie Held? Mit Ihrer Pfeife? Reden Sie mit Vazetis? Er ist ein Fachmann. Fragen Sie ihn, wie stark die glorreiche Rote Armee ist, von der Sverdlov in der selig entschlafenden Konstituante geredet hat. 300.000 Mann, schätzungsweise. Schätzungsweise, sehr richtig. Wir haben nämlich heute die Disserteure noch nicht gezählt. Sie sagen, es gibt eine Kriegspartei bei uns. Das stimmt. Nur leider besteht sie aus lauter Zivilisten, Lev Davidovich, wie ich einer bin. Die Kriegspartei braucht einen Kopf. Sind wir schon so weit? Sind wir auf der Suche nach einem Napoleon, um die Revolution am Leben zu halten? Vor einem Jahr, Lev Davidovich, sagten Sie, Sie seien ein General ohne Armee. Und dann, dann haben Sie die Armee geschaffen, die die Bolschewiki an die Macht gebracht hat. Werden Sie nicht pathetisch, Radek. Das passt nicht zu Ihnen. Der Aufstand im Oktober, das war die Revolution. Eine Revolution kann man mit einer entschlossenen Truppe von Berufsrevolutionären gewinnen, wenn man die begeisterten Massen auf seiner Seite hat. Um Krieg zu führen, Radek, brauchen Sie eine Armee. Hunderttausende, Millionen Mann. In Russland werden Sie höchstens Millionen halb verhungerter Deserteure auftreiben. Gegen wen wollen Sie überhaupt Krieg führen? Gegen die Deutschen? Gegen die 80 Divisionen, die Ludendorff an der Ostfront hat? Machen Sie sich nicht lächerlich, Karl Radek! Gegen die Konterrevolution, Lev Davidovich, die jetzt überall ihr Haupt erhebt. Gegen diese verfluchten, zaristischen Generale, die wir bedauerlicherweise nicht aufgehängt haben. Gegen diese Abenteurerfiguren, die sich jetzt überall breit machen. In der Ukraine, im Kaukasus, an der Volga, in Sibirien. Wie soll man mit Ihnen fertig werden, Lev Davidovich, wenn wir keine Armee haben? Die Armee ist zerstört. Aber nicht die Deutschen haben sie zerstört, Lev Davidovich. Ihr wart es. Ihr habt die Armee demokratisiert, wie ihr es so schön nennt. Demokratisiert! Ihr habt die Rangabzeichen abgeschafft. Ihr habt die Offiziersgewalt abgeschafft. Ihr habt uns vor aller Welt splitternackt ausgezogen. Und uns zu lächerlichen Lakaien irgendwelcher Komitees gemacht. Und Sprojevich, der General des Zaren. Ich bin Bolschewik, so gut wie Sie, Genosse Trotzki. Ich wollte Sie nicht kränken. Entschuldigen Sie. Ich weiß, Sie haben sich der Revolution angeschlossen. Sie waren einer der Ersten. Aber Sie sind noch immer ein General. Ich pfeife auf den Pferlefanz. Ich pfeife auf Orden und Rangabzeichen. Ihr braucht uns weder die Sterne auf die Brust zu heften, noch rote Streifen an die Hosen nähen. Aber ihr müsst uns den Gehorsam zurückgeben, den ihr uns genommen habt. Eine revolutionäre Armee kann nur eine Armee von Freiwilligen sein. Wir müssten zuerst den Enthusiasmus der Revolution mobilisieren und dann erst die Rekruten. Und Trotzki mobilisiert im Frühjahr 1918 noch einmal den Enthusiasmus der Revolution. Aus zerlumpten Bauern, aus halb verhungerten Proletariern, mobilisiert er die ersten Einheiten der Roten Armee. Doch zunächst kommt diese Rote Armee viel zu spät, um eine Schicksalswende zu erzwingen. Am 3. März 1918 muss das bolschewistische Russland den Frieden von Brest-Litovsk unterzeichnen. Deutsche und österreichische Verbände beherrschen die Ukraine Russlands Kornkammer. Unter dem Patronat der Besatzungstruppen formieren sich ukrainische Nationalisten und antibolschewistische weiße Freiwilligenarmeen. Die ukrainischen Lebensmittelvorräte sollen die Verbündeten im vierten Kriegsjahr vor dem Verhungern retten. Doch im Untergrund wächst der Widerstand der ausgeplünderten Bauernschaft. Terror wird mit Gegenterror beantwortet. Das grauenvolle Blutvergießen, das Russland drei Jahre lang heimsuchen sollte, beginnt. Unter dem Eindruck der ukrainischen Vorgänge kündigen die linken Sozialrevolutionäre den Bolschewiki, die den Frieden von Brest-Litovsk unterzeichnet haben, die Koalition auf. Und in dieser zum Zerreißen gespannten Lage beginnt in Moskau der allrussische Sowjetkongress der Arbeiter, Bauern und Soldatendeputierten. Ihr habt unser Land mit deutschen Imperialisten ausgeliefert. Aber wir, die ukrainischen Bauern, bäumen uns dies der deutschen Tyrannei. Es ist schamlos genug zu dulden, dass dieser Mann dort oben sitzt. Aber wir, die Bauern, erheben uns überall gegen die verfluchten Deutschen. Sie haben keine Depots für ihre Arterie mehr, weil wir sie alle in die Luft gesprengt haben. Sie wollten sich einer Flugzeugfabrik in Odessa bemächtigen. Wir haben sie verbrannt. Wir werden die deutschen Generale aus Kielf um so schneller vertreiben, je eher ihr den deutschen Botschafter aus Moskau verjagt. Der Deputierte Alexandrov prallt hier mit Heldentaten, die keinen anderen Erfolg haben können, als das ukrainische Volk noch tiefer ins Unglück zu stürzen. Er und seinesgleichen wollen die Sowjet-Truppen zum Krieg gegen die Deutschen aufwiegeln. Diese angeblichen ukrainischen Helden sind nichts anderes als die verkappten Agenten des anglo-französischen Imperialismus, die mit dem Blute des russischen Proletariats und der ärmsten Bauernschaft ihren verabscheuungswürdigen Krieg auf russischem Boden weiterführen wollen. Wir fürchten sein Tribunal genauso wenig, wie wir die deutschen Kriegsgerichte fürchten. Der Genosse Trotsky und seine Partei der Bolschewiki bezeichnen sich als Freunde und Beschützer der ärmsten Bauern Russlands. Wir, die linken Sozialrevolutionäre, sagen dem Genossen Trotsky, die sogenannten Komitees der Dorfarmut sind nichts anderes als Komitees von Dorfstrolchen. Die Kommandos, die die Bolschewiki in die Dörfer schicken, um Lebensmittel zu requirieren, sind nichts anderes als Räuberbanden, die die ärmsten Bauern ausplündern wollen. Wir werden sie genauso unerbittlich bekämpfen, wie wir die deutschen Räuber und Plünderer bekämpfen werden. Oder glaubt man, dass unsere Bauernsoldaten untätig zusehen werden, wenn ihre Brüder durch die Agenten dieses Banditen, dieses Henkers, erschlagen werden? Ich muss die Spiridonova haben. Die Dame wird allmählich gefährlich. Überleid sie die Hand im Spiel, wo unsere verehrten Genossen Sozialrevolutionäre Unruhe stiften. Sie hat ihre Erfahrung und ihre Leibwache. Sie macht keinen Schritt ohne schwerbewaffnete Begleitung. Ich weiß, wir haben zu viele Sozialrevolutionäre in die CK aufgenommen. Außerdem ist sie populär. Es wird ein entsetzliches Geschrei geben, Genosse Zscherzynski. Ja, seit sie als junges Mädchen einen zaristischen Gouverneur getötet hat, ist sie beinahe so was wie eine Nationalheilige. Trotzdem, wir müssen sie bekommen, um jeden Preis. Auch in Bargeld, wenn es damit geht. Er ist da. Das heißt, der Kongress ist für heute zu Ende. Und Graf Mirbach ist auf dem Wege in seine Botschaft. Hier, ausgestellt auf den Genossen CK-Beamten Jakov Grigorevich Blumkin und auf das Mitglied des Revolutionstribunals Nikolai Andreev. Vielleicht ist es ein Fehler, die wirklichen Namen zu erwähnen. In ein paar Stunden wird ganz Moskau begeistert, unsere Namen nennen. Und in ein paar Tagen ganz Russland. Der Genosse Zscherzynski wird sich wundern, wozu seine Unterschrift gut ist. Das ist ein Fehler, das ist ein Fehler, das ist ein Fehler. Genossen, das ist unsere Stunde. Die Stunde, in der wir das russische Volk vom unerträglichen Terror der bolschewikischen Verräter befreien werden. Wir werden sie herausholen aus ihren Schlupfwinkeln, diese Räuber und Mordbrenner. Wir werden es ihnen heimzahlen, dass sie das russische Volk an die deutschen Imperialisten ausgeliefert haben. Jagt sie fort, gebt kein Pardon, befreit Russland von der Pest des Bolschewismus. Meine Herren, die Cheka hat sie bevollmächtigt, in einer meiner Person betreffenden Angelegenheit bei mir vorzusprechen. Ich stehe zu ihrer Verfügung. Die Cheka hat im Zusammenhang mit einem geplanten Attentat einen Offizier namens Robert Mirbach festgenommen. Robert Mirbach? Ja, stimmt, ich habe Verwandte, aber einen Robert Mirbach? Es dürfte den Botschafter interessieren, was jetzt gegen ihn unternommen wird. Achtung! Exzellent! Meine Herren, das ist doch ganz offensichtlich, man sieht doch gar nicht... Exzellent, Sie sind ja hin! Mit dem Mord an dem deutschen Botschafter Graf Mirbach steuert der seit langem vorbereitete Aufstand der linken Sozialrevolutionäre seinem Höhepunkt zu. Zug um Zug besetzen die linken Sozialrevolutionäre wichtige Gebäude in der russischen Hauptstadt. Hände hoch! Was ist los hier? Ruhe! Bringt Sie da rüber! Das zentrale Moskauer Telegrafenamt ist hiermit vom Exekutivkomitee der linken Sozialrevolutionäre übernommen worden. Die Weitergabe von Telegrammen mit den Unterschriften Lenin, Trotsky und Svetlov ist ab sofort untersagt. An alle Ortssovjets in Russland ist sofort folgendes Telegramm durchzugeben. Schreiben! Der Vertreter des deutschen Imperialismus, Graf Mirbach, ist im Vollzug eines Beschlusses des Zentralkomitees der linken Sozialrevolutionäre getötet worden. Die linken Sozialrevolutionäre sind nunmehr an der Macht. Die Regierung der Bolschewiki ist ihres Amtes enthoben. Ihre Befehle sind ungültig. Ihre Weisungen sind nicht mehr weiterzuleiten. Es lebe die Revolte gegen den Imperialismus selten. Also ich drücke Ihnen mein Persönliches mit Empfinden aus der Legationsrat. Herr Leutnant, ich bitte... Den Wisch hat der Exzellenz noch in der Hand. Die serviert macht es, der schüttert. Die Unterschrift muss gefälscht sein. Ich habe niemals Auftrag zu einer solchen Vorsprache gegeben. Die Check-Up bedauert den Vorfall, Herr Leutnant. Seien Sie versichert, dass der Tod Ihres Herrn Botschafters nicht ungesünd bleiben wird. Wir wissen, wo wir die Mörder zu suchen haben. Darf ich? Bitte. Herr Leutnant, ich bedauere das außerordentlich. Der Aufstand muss von langer Hand vorbereitet gewesen sein. Sie haben alles ganz genau überdacht. Diese Person weiß, wie sowas gemacht wird. Maria Spiridonova. Wir hätten Sie hängen sollen. Sie alle. Diese ganze hirnlose Bande von Terroristen. Sie glauben, dass man mit ein paar Bomben Weltgeschichte machen kann. Vielleicht sollten wir ihr noch dankbar sein. Sie hat uns den Beweis geliefert, dass neben den Bolschewiki keine andere Partei mehr in Russland geduldet werden darf. So. Das Gebäude des Sowjetkongresses ist sofort zu umstellen. Alle linken Sozialrevolutionäre sind zu verhaften. Die Straßen sind abzuriegeln. Die Prokowski-Kaserne ist unter Artilleriebeschuss zu nehmen. Also los, was? Nein, nein. Nein, nein. Oder haben Sie Angst, Genosse, vor ein paar versoffene Matrosen, die Revolution spielen? Wer ist der Anführer hier? Wenn Sie den Vorsitzenden des Komitees zur Verteidigung des Vaterlandes und der Freiheit meinen, Genosse Dzerczynski, der bin ich. Oberst Popov, ich kann nicht einmal sagen, dass Ihre Anwesenheit hier mich überrascht. Genosse Popov, die Tschecha ist nicht blind und auch nicht taub. Wir beobachten schon seit Wochen, mit welchem Eifer Sie rebellische Schwarzmeermatrosen und verräterische Deserteure für Ihre Einheit anwerben. Ist das Ihre ganze Armee, Genosse Popov, mit der Sie die Sowjetmacht stürzen wollen? Ich verlange die sofortige Auslieferung der beiden Tschecha-Deserteure Blumkin und Andrejev. Sie werden wegen Mordes vor ein Gericht gestellt. Ihr müsst mit der vollendeten Tatsache rechnen, Genosse Dzerczynski. Der Vertrag von Brest-Litovsk ist zerrissen. Der Krieg mit Deutschland ist unvermeidlich. Ihr Idioten! Wovit wollt Ihr denn Krieg führen? Mit diesem lächerlichen paar Hundert Mann hier? Die Deutschen knüpfen Eure ganze Armee an ein paar ukrainische Bäume. Sollen Sie doch Russland bis an die Volga besetzen, diese verfluchten Deutschen. Wenn wir sie nicht aufhalten können, werden wir in den Untergrund gehen. Behaltet die Macht! Wir wollen sie gar nicht. Aber wir werden Euch zwingen zu kämpfen. Wir werden Euch zwingen, dass Ihr aufhört, damit die Lakaien und Speichellecker der Deutschen zu sein! Feier! Eins! 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 Schossen! Dreht sie Euch an! Hier ist sie! Der Auswurf einer räudigen Hündin! Hände weg! Bolschewistisches Schwein! Komm schon! Komm schon! Hat Vazetes seine Leute in der Hand? Wenn irgendeiner, dann Vazetes! Er ist Lette, Lef Davidovich, kein Russe. Lette und ehemals zaristischer Offizier. Können Sie nicht anders denn als Russe denken, Wladimir Elyitsch? Das lettische Scharfschützenregiment war vom ersten Tage an die Pretorianergarde der Revolution. Der Gedanke ist unerträglich. Das Schicksal Russlands in den Händen eines einzigen verlässlichen Regiments zu wissen. Wir brauchen eine Armee, Lef Davidovich. Dieser lächerliche Aufstand der linken Sozialrevolutionäre ist nur ein Anfang. Der nächste Versuch wird weniger lächerlich sein. Wir brauchen eine Armee. Der Aufstand der linken Sozialrevolutionäre bricht noch in derselben Nacht zusammen. Die CK-Gefängnisse füllen sich mit Häftlingen. Die Bolschewiki haben an diesem Tag ihre letzten Verbündeten verloren. Sie haben damit aber auch zugleich ihre letzten organisierten Gegner ausgeschaltet. Ich leugne nichts. Ich habe nichts zu leugnen. Ich bin stolz auf alles, was ich getan habe. Ich habe die Ermordung dieses deutschen Henkers Mirbach von Anfang bis Ende organisiert. Für diese Tat übernehme ich die Verantwortung vor der russischen Arbeiterschaft und vor dem internationalen Proletariat, das ihr verraten habt. Aber ihr seid Verleumder und Lügner, wenn ihr behauptet, ich sei im Bunde mit der französischen Bourgeoisie. Ihr seid Verleumder und Lügner, wenn ihr behauptet, ich sei eine Agentin der imperialistischen Mächte. Ihr seid die Verräter. Ihr, die Bolschewiken. Ihr habt russisches Land und russische Bauern in der Ukraine an den Feind ausgeliefert. Ihr habt diesen verfluchten Frieden von Brest-Litovsk unterzeichnet. Ihr wart diesen Kontrarevolutionären, diesen Agenten des imperialistischen Auslands nicht gewachsen. Ihr habt ihnen russisches Getreide gegeben, damit sie ihren verbrecherischen Krieg weiterführen können, während die Proletarier in den Straßen unserer Städte, die ärmsten Bauern in den Dörfern verhungern. Der Spuk ist vorbei. Ihr hättet sie laufen sehen sollen, als die ersten Granaten einschlugen. Dieses ganze armselige Komitee zur Verteidigung des Vaterlandes und der Freiheit. In Jaroslawl hält sich noch dieser Boris Savinkov. Er hat dort gleichzeitig mit der Spiridonova hier in Moskau losgeschlagen. Savinkov? Unser alter Freund Savinkov, Kerenskis Kumpan aus den Tagen der Kornilow-Revolte, der tapfre Sozialrevolutionär, der Petro Grat gegen die Kontrarevolution verteidigen wollte, ist selbst unter die Kontrarevolutionäre gegangen. Sie haben von den Franzosen Geld bekommen. Die Spiridonova leugnet es, aber wir werden Beweise finden. Immer wieder stecken die Franzosen hinter allen Schwierigkeiten, die immer noch davon träumen, in Russland eine neue Front gegen die Deutschen zu errichten. In Sibirien auch. Da marodiert diese tschechische Legion herum, die noch unter dem Zahn aus österreichischen Kriegsgefangenen gebildet worden ist. Sie haben sich dem alliierten Oberkommando in Vladivostok unterstellt, nachdem wir den Vertrag mit den Deutschen unterschrieben haben. Ha! Ein alliiertes Oberkommando in Vladivostok. Ein französischer General kommandiert Tschechen in einer russischen Stadt. Verdammt! Sie behandeln uns wie eine ihrer Kolonien. Haben wir nicht den Befehl gegeben, diese Legion zu entwaffnen? Sehr richtig, Wladimir Ilyich. Wir haben Befehl gegeben. Aber wer fragt sich, sollte sie entwaffnen? Diese tschechische Legion ist über 50.000 Mann stark und kein wilder Haufen, sondern bestens ausgebildet. Noch unter dem österreichischen Kaiser. Es wird bald keinen österreichischen Kaiser mehr geben. Dafür aber einen selbstständigen tschechoslowakischen Staat. Das französische Oberkommando hat den Tschechen versprochen, sie über Vladivostok nach Europa zurückzubringen. Um sie an der Westfront gegen die Deutschen einzusetzen. Stimmt, aber mit ihren Waffen. Und sie sind ausgezeichnet bewaffnet, Genossen. Ich wünschte, wir hätten in der ganzen Roten Armee eine einzige, so erstklassig ausgerüstete Truppe. Wie wollen sie die entwaffnen, Genossen? Sie haben sich hier überall festgesetzt. An den Grenzen des Urals und entlang der sibirischen Eisenbahn. Wir müssen uns endlich einmal klar darüber werden, dass es jenseits des Urals Landstriche so groß wie die ganze Ukraine gibt, in denen sich noch nie ein Bolschewik gezeigt hat. Wir müssen uns eingestehen, dass die Macht der Sowjetregierung heute nicht weiter reicht, als vor 500 Jahren die Macht der Großfürsten von Moskau. Aus allen Teilen des unermesslich großen Landes rücken die antibolschewistischen Kräfte näher an Moskau heran. Deutsche und österreichische Truppen halten nach wie vor die Ukraine besitzt. Am Kuban organisiert General Dänikin eine weißrussische Freiwilligenarmee, die schließlich bis Saricin, dem späteren Stalingrad, vorstoßen wird. Britische Truppenverbände landen in Murmansk und Archangelsk, wo noch die dem zaristischen Russland gelieferten Waffen- und Munitionsvorräte lagern. Und unter britischem Schutz bildet sich in Archangelsk eine antibolschewistische Regierung. In Fernost gehen die Japaner an Land. Entlang der transsibirischen Eisenbahn stoßen sie über die Manchurei bis zum Baikalsee vor. Den Japanern folgt ein amerikanisches Truppenkontingent. Auch die Amerikaner setzen sich um Vladivostok fest, um den Japanern die Herrschaft über den fernen Osten nicht widerspruchslos zu überlassen. Und dann machen sich die entlang der sibirischen Eisenbahn nach Vladivostok abziehenden Einheiten der tschechoslowakischen Legion selbstständig. Bei Tscheljabinsk kehren sie um, verbünden sich mit weißrussischen Kosakenverbänden, erobern Perm, Kazan, Simbirsk und Samara und errichten an den Grenzen des Urals eine antibolschewistische Front. Von allen Seiten marschieren sie auf uns los. Sie werden uns zermallen, wenn wir uns nicht zur Wehr setzen. Sie werden einander in Moskau die Hand reichen und sie werden uns von der Landkarte wegfegen. Wir haben die Rote Armee. Das ist keine Armee. Das ist ein wilder Haufen verlauster, barfüßiger, halb verhungerter Revolutionäre. Ohne Ausbildung, ohne Disziplin und ohne Führung. Wir brauchen geschulte Offiziere. Zaristische Offiziere vielleicht? Zaristische Offiziere, jawohl. Ich werde jeden aufnehmen, der sich meldet. Ist das die revolutionäre Armee, von der der Genosse Trotzki uns noch vor ein paar Monaten was vorgeträumt hat? Es ist Zeit, dass wir alle aus unseren Träumen erwachen. Sollen die proletarischen Massen sich wieder unter der Knute zaristischer Offiziere beugen? Sie sollen sich der Disziplin beugen und dem militärischen Gehorsam. Wir machen endgültig Schluss damit, fahnenflüchtige Feiglinge als Genossen Deserteure anzusprechen und sie anzuflehen, an die Front zurückzukehren. Die Offiziere werden uns verraten. Sie werden zu den verfluchten Weißen überlaufen. Wir werden sie zwingen, uns die Treue zu halten. Wir werden für jeden Überläufer eine ganze Familie zur Rechenschaft ziehen. Jeder Deserteur soll wissen, dass er seine ganze Familie verrät, wenn er uns verrät. Wir werden vor niemandem Halt machen. Nicht vor Vätern und Müttern, nicht vor Brüdern und Schwestern, nicht vor Frauen und Kindern. Ich werde jeden Kommissar und jeden Kommandeur erschießen lassen, deren Regiment vor dem Feind flieht. Solange diese erbärmlichen Affen ohne Schwanz, die sich Menschen nennen, Armeen aufstellen und gegeneinander kämpfen, solange muss sich der Soldat vor die einzige Wahl gestellt sehen, vielleicht an der Front zu sterben. Ganz sicher aber hinter der Front vor einem Hinrichtungskommando, sobald er dem Feind den Rücken kehrt. Man kann keine Armee ohne Unterdrückung aufstellen. Man kann Menschenmassen nicht in den Tod führen, wenn man Furcht vor der Todesstrafe hat. Ich habe keine Furcht. Ich werde vor nichts zurückschrecken. Jedes Mittel wird mir recht sein. Über allem steht der Sieg der Revolution. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich werde ber fluores conveyed aus, wie sehr viel spontane auszulegen, die sich in feelwazy aujourd'集 schrecken, aber durch die Falle zuаюсь bei mal völlig entfernen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.